Genau, und da ist ja wieder der entscheidende Punkt und ich glaube, das kommt in der Folge dann wirklich rüber, dass das Design halt unheimlich wichtig ist, dass ich tatsächlich mir überlege, was möchte ich denn an Denkprozessen überhaupt anregen in dieser gemeinsamen Zeit, die man da hat. Also es ist auch bestimmt mal legitim, eine Standard-Power-Presentation zu machen, wenn es einfach Infos gibt, die man erstmal so präsentieren muss, aber genauso gut, wenn es einen Team-Tab gibt, wo am Ende neue Ideen und Produkte rauskommen müssen, dann macht es schon Sinn, vielleicht aus der Gruppe gleich etwas rausziehen zu können. Und da ist ja genau so eine Methode oder solche Tools eignen sich ja perfekt für sowas, nämlich da entsteht dann diese Interaktion, also dann nehme ich ja geistig alle Menschen mit, weil ich vielleicht hinten raus noch etwas anderes damit mache. Also es ist ja vielleicht, dieses Engagement führt ja dann vielleicht zu einer höheren Aufmerksamkeit, damit ich dann zu einem nächsten Programmpunkt kommen kann, wo halt wirklich gefragt ist, aktiv irgendwie teilzunehmen. Und das finde ich eigentlich eine schöne Sache, die, wie gesagt, da kommt man halt nur drauf, wenn man vielleicht sich mal mehr Gedanken darüber gemacht hat, wie denn die Substanz zu einer Besprechung sein soll und nicht einfach nur, ja, wir treffen uns, ja, wir haben eine Liste von fünf Punkten, die besprechen wir und dann gehen wir wieder nach Hause.